geht's schon los ja wie ihr seht hat beim ersten mal sofort wieder geklappt mittlerweile ist es dunkel hinter mir ich weiß nicht tape 37 47 ich habe aufgehört mit zu zählen ich bin es schleuse von schleuses tagebuch ich habe ein zweites tagebuch für euch gedreht zum glück muss ich selber nicht zusammenschneiden da könnt ihr heilfroh darüber sein ich habe mir alle mühe gegeben wieder einen einblick hinter die kulissen zu gewähren und ja viel spaß damit hier zwei pappnasen so jetzt kurz nach der ersten einheit hat mir den georg kurz geschnappt wie war die erste einer heute wie fandst du ja war anspruchsvoll hat schon einiges gefordert hat aber auch spaß gemacht die defensiv hat heute nicht viel zugelassen was meinst du ja die ersten zwei aktionen waren zwei tore aber dann hat das sehr gut gemacht da bist du gestolpert dann danach danach bin ich gestolpert davor habe ich zwei tore gemacht dann habt ihr es gemacht nein erst einer hat geschafft jetzt mittagessen und dann geht es in die zweite einheit zu einer person gibt es gar nicht so viel zu erzählen was ich freue mich einfach hier das tagebuch ich nehme auf das gleiche tagebuch ich nehme auf das gleiche tagebuch ja ja ist das kalt du bist so kalt du bist einfach dabei hey ruhig gestern zwei einheiten heute morgen auf war es ja war echt anstrengend am ende noch mal elf gegen elf filmen im pressing gegen pressing war echt heftig haben uns mittagessen verdient auf jeden fall reichreiche nacht tisch auch 100% jedes mal nacht tisch nacht tisch ist pflicht gesunder nacht tisch natürlich ciao ciao Aska, ist das das Wärmebecken? Es ist kalt. Kalt? Wie kalt? Es ist frisch. Grüße gehen raus, dann schleifst das Treibung. Grüß Gott. Grüß Gott. Wollt ihr noch was trinken? Was möchtest du denn? Ich hätte gerne noch eine Cola. Eine Cola? Was machst du ins Alive? Tagebuch. Tagebuch. Hat es euch geschmeckt? Das war super, Leute. Mit so einem Ausblick. Ein Traum. Du musst es echt hochladen. Hey Fabi. Das war sogar das Letzte. Kaffee Tagebuch für die Follower. Lass ihn bitte in Ruhe. Einfach aufdrehen Eska. Guten noch. Bitte schön. So. Was haben wir gelacht? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den zwei Videos. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Und ihr hattet Freude daran. Bei aller Heiterkeit und bei allem Spaß haben wir natürlich auch wirklich hart hier gearbeitet im Trainingslager. Haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, denke ich. Und bis bald. Ich wette, das kommt jetzt wieder rein, ne? Dass es kein One-Taker war, wie ihr sagt. One-Taker. Jetzt schauen wir Undertaker. Ich muss mich jetzt leider von euch verabschieden. Es war eine schöne Zeit, eine intensive Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich die ganzen kleinen Videos nicht zusammenschneiden musste. Vielen Dank auch nochmal an die Leute hinterm Team. Was war der erste Satz? Sag doch mal, lach doch. Da lacht mich immer aus, merkst du was? Deswegen muss ich auch lachen und deswegen geht es bei mir schief. Das war's jetzt. Wir sind am Ende. Es sind Golfleger kaputt gegangen. Die liegen, glaube ich, immer noch irgendwo auf der Driving Range. Karaffen sind gebrochen. Pepe, der Dorftrottel, war auch vertreten. Bei aller Heiterkeit. Trotzdem haben wir hier wirklich hart gearbeitet. Wir sind, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gegangen, hier im Trainingslager. Und ja, mir hat's viel Spaß gemacht. Bis bald. Kurz Nächte. Ich hab zugemacht. Ja, ne, war ja in Ordnung. Jetzt hat er direkt mit einem Schwung zugemacht. Das war dramatischer. Das war noch mal dramatischer. Hier, schauen wir mal. Entschuldigung. Da. Da.